ja das ist mir wieder euer Dragon Ray und heute let's playen wir hier die Kasten Zombie Karte Hello Kitty ja genau nach Versuch Nummer 25 hat es endlich geklappt hier mal die Karte einigermaßen spielbar zu spielen das leckt nicht ja natürlich wird nicht das Video ist auch fertig gerendert wo ich vorhin gemacht habe ja Na gut die Pixel die laufen ja doch die laufen auf mich zu ich lasse Player wieder mit dem Oscar und auf ihn rennen anstatt Zombies rennen auf ihn Pixel zu weil ihre Grafik nicht richtig eingestellt hat ich also ich spiele es auf der niedrigsten Grafik und das ist das richtig Geld und wenn es nicht ja die Lieblingsseite von den ganzen Scheiß keine Ahnung ich so ich höre die Zombies irgendwie gar nicht Bam Du sollst nochmal kurz beschützend gehen nochmal kurz ins Menü, ich höre die Zombies nicht gut, klar Connection is developed, ne? ja logisch kein monat das sound war aus jetzt dürfte da gehen ja nein ja nein doch jetzt so ist auch den sound perfekt immer wenn einer deswegen hat ich skype eigentlich immer wenn einer einen skype anruft dann ja mal über teamspeak gelesen er hat nichts mehr über das ist wichtig das mal aufstehen zu sterben um ja kommt anzunehmend aufkommen das stimmte nirgendwo verarschen wenn ich jetzt auch Affen kommen kommt zum Arsch Flammenwerfer passt wenn man sich ein auf uns ja lass mich mal noch rein Messern ja bitte oh Max M.O. geil lass mich mal lass mich mal schießen ist Brunnen Waffenmann ja noch warte 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 dennoch GGGG okay perfekt jetzt gibt man eine gescheite Waffe Mann ohne Mist oh Trenchcon geile Waffe ja wenn es etwas kommt etwas guck's knet und dann bleib ich an dem Fenster sag wenn's zu eng wird Bumm wow ja er fackelt doch die Hello Kitty Karte ab ab ja mein Gott ich bin Hello Kitty Kasten von Hello Kitty Naja vielleicht ist es jemandem auch schon aufgefallen und weil ich es ja in der Beschreibung oder in Beschreibung nehmen ich kann ja eigentlich das können wir zusammen zu machen ich mache die Aufnahme und hat das so und gebe ich dir auch mal einen Kanalabendrechte und du tust es dann immer die Beschreibung machen und es passt nur jetzt würdest du es machen? und hier ist es schon auf der Arbeit zum Weg überhaupt zu machen jetzt glaube ich den die Mischung der Mann ist immer die Vieter so viel zu sein Beschreibung ändern Erbeschreibung um den Berliner Linker machen muss runterladen kann und die Karte mit dem Witz in Zukunft zu machen ein Stück der meiner PC welche an den Rädern das war das ist ein neues Jahr zufällig die Granaten dran liegt ich sehe nichts mehr Mann der Fall ist pink ja das stimmt auch mal wieder schon wieder eine gleiche Stelle verweckt warum? ich habe einen Flammenwerfer bekommen so schlecht gerade das was ich kennen weil ich dachte ich kann hier warum russisch mit dem Ding nein Alter haut ab Zombies haut ab nee sorry warte 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 oh alles ist weiß alles ist weiß oh ah sie das glücklich ist nein bist du weg oh sorry man es wurde einfach nichts es wurde ja okay okay ich habe Affen geworfen warte man komm komm es ging nicht man für irgendwas ich habe als erstes ich will gar nicht mehr ja was hast du die K das schaffen wir schon Locker Easy Locker Easy ganz bestimmt werft Granaten vor sagst du? Locker Easy verrecken ja er gibt hier recht ich bin das ich bin da 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 nachwerfen ich bin probiert dann später auch noch offen zu bekommen später wenn wir genug Geld haben wenn wir reich sind wenn wir reich sind ich habe mich irgendwie für die Karte hier so schlecht gemacht haben wie zum Memoros Werde muss sagen uns bei dir zu viel zu tun muss wenn man kommt wie er sich nicht auf dem Kopf nicht genau wenn ich die Punkte am besten 9 Prozent wieder Nehmer gemacht nicht geimpft wurde oder er hat bei mir also bei mir ja natürlich Eifertal ich habe für ältiglich ist es die ist es die ist ja das ist die PPSH Kitzel ein Niemlichke aber bald gibt es die Gäste zu tun da habe ich schon mal vor allem Rockett Ecken Schleckung Astor Sting Rockett hier ist das ist gut Europa macht die geilsten Gämmensachen von Reis aber auch die Mausbücher Räser Maus von Logitech und meine Bildschirm von Samsung ich nenne was meine Bildschirm und mein zwei Bildschirm von Samsung auch richtig geil sagt uns zu viele Werten ich hab ne PWSR man sie haben damit klarkommen wir haben doch er auf jeden Fall in 20 Prozent Prozent steckt von der Anrufe noch sehr gut keine oder Prozent und nicht viel doch ich muss nicht nicht das ist ein Kölner zum Ding gekauft um ersterkt ein Gerät noch die Kölner gekauft es ist hier auf der Karte ich meine Kiste vor allem nahe hinzu bis zum Gammischen Flammenwerfer ich habe den Markt sind neben uns langsam läuft Dann überhitzt der auch nur noch so schnell. Bom. Jetzt war es auch unnötig. Ach komm. Naja was. Geht auf an die Kiste. So. Hello Kitty abfackeln! Hey. Kann was Besseres wie du? Ah ja, aber Spielzeug. Spielzeug. Spielzeug mit Lichtern? Ja. Oh, ich hab keine Munde mehr. Musst du an die Kiste gehen? Oh. Ach komm. Lass mal den Korla, wenn du keine Munde mehr hast. Oh, Junge. Und sie ist. Oh man! Nein. M1 gerannt. Ich will die M1 punnen, also die M1911 punnen. M1911? Ach komm Schatz. Warum? Ich wollte sie verhindern. Ich wollte sie verhindern. Nö, die Exklusiv geschossen. Ich weiß. Oh, die Thompson. Oh, Muni. Super. Ich hab mich's dient abgegeben haben. Okay, du guckst in den zwei Fenster da hinten und guckst. Nein, komm lass gammeln. Oh, ich bin grad irgendwie da voll festgehalten. Gammeln? Ah, Trends laufen. Ich geh. Ich geh. Ich geh. Ich geh.